So, willkommen Freunde, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Ich habe nochmal ein bisschen Pause gemacht, habe nochmal was getrunken. Mal gucken, wo es jetzt weiter geht. Ich finde das ein bisschen merkwürdig, dass man da irgendwie die Lava zwar nehmen kann, oder extra was gebastelt hat, aber funktioniert leider nicht. Oh, natürlich nicht schön. Wieder eine Nachricht erhalten. Es wurde so kalt, dass ich hier Unterschlupf errichten wollte, bevor du zurückkommst. Leider konnte ich keinen sicheren Ort dafür finden. Manchmal ist es hier richtig gruselig, wenn ich doch nur eine Laterne hätte, um weiter an meinem Buch zu schreiben. Uh. Hier sind wir jetzt noch gar nicht lang gelaufen. Ich habe mich jetzt mal mit dem Ofen nicht beschäftigt. Fand das ein bisschen komisch, dass ich hier was gebaut habe und konnte es dann irgendwie nicht benutzen. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht wäre auch der richtige Weg und wir müssen hier einfach nur raus. Hier leuchtet es zwar und hier ist ja auch Licht, keine Frage. Aber geht es irgendwie nicht weiter, kann das sein. Hier annehme ich auch nur Stein. Und können nichts anheben oder so. Hier kommen wir hier irgendwie runter? Nee. Nee. Bergwürdig. Okay. Ich brauche irgendwas. Okay. Das heißt, wir müssen doch unten die Rohre irgendwie ein bisschen manipulieren. So, mal gucken. Da war ja so ein Zeichen dran an dem Rohr. Stand da irgendwas mit 99. Was war das hier, ne? So, warte mal. So geht es. Ich glaube, das ist schon richtig so. So. Ah, da kommt was raus. Das ist gut. Gehen wir mal nach oben, gucken mal. Sind wir da eigentlich lang gelaufen? Ich hoffe, ich finde den Weg da wieder hin. Wie hier, ne? Genau. Ah. Hier war das mit dem Wasser, die andere Richtung gewesen sein. Hier lang. Ich brauche irgendwas. Aber ich habe auch nichts groß gefunden. Warte mal. Rechts ist ja zu. Links müsst ihr ja auch sein, ne? Genau. Ich finde aber auch nichts anderes irgendwie, was wir verwenden können. So. Und da, wo das Licht ist. Ah, okay. Hätte ich doch mal ein bisschen um die Ecke gucken können, ne? Weil da heißt es ja auch immer, da wo das Licht ist. Okay. Die Spinnen, was willst du machen? Ah, er braucht immer irgendwas, ne? Super. Ah, er liebt diese Spinnen hier, ne? Also, wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Die Möglichkeit, dass ich hier dran vorbeikomme. Wie ist denn das eigentlich das Feuerzeug? Kann ich das noch verwenden? Habe ich das noch? Irgendwie. Mal, das ist doch so, dass die dann wieder nach oben gezogen werden, oder? Ah, die müssen aber auch hier mal rumkotzen. Das ist ja eklig. Okay. Okay. Ah, alles klar. Das war eine schlechte Idee, da runterzufallen. Dauert aber ziemlich lange, der Pfad. So, das. Die ist auch auf. Sehr gut. Wäre es natürlich noch gut, wenn ich Feuer hätte, dann würde er das alles wegbrutzeln. Kann er das anzünden? Toll. Okay. Okay. Okay, wahrscheinlich braucht er. Die Lava dann, die wir da abgrasen, ne? Ja, aber richtig geleitet ist es da auf jeden Fall hin. So, und das müsste ja... Hier finden wir ja auch nichts. Das müsste ja bei dem anderen auch so sein. Wo er auch sagt, ich brauche irgendwas. Warte mal. Hinten war ja auch noch ein Rad, ne? Genau. Also ein Rohr und ein Rad muss da noch sein. Auf jeden Fall zu. Das ist es auf. Aber rauskommt da trotzdem nichts. Oh, freu mir da bloß nicht runter. Das haben wir schon mal erlebt. Ich glaube, er braucht so eine Art Feuerzeug, um das dann anzuzünden, wenn da Gas rauskommt. Der braucht echt diese Lava, aber funktioniert ja komischerweise nicht. So, links. Jetzt ist es zu. So, wir müssen es aber öffnen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum er das nicht machte. Ich wundere mich. Du musst es zu. Das soll ja an dem Rohr rauskommen. So, jetzt geht es ja da hoch. Ey, möchte der noch Handschuhe haben, oder? Kann mir das gar nicht vorstellen, ey. Das ist doch komisch, oder? Er hat das Gerät und benutzt es nicht. Naja. Okay, wir machen das mal anders. Wir gehen mal... Wir gehen mal dahin, wo das Wasser nochmal war. Gucken da mal, ob wir da nicht weiter klettern müssen. Ich weiß gar nicht, ob man immer alles wirklich so zu 100% machen muss. Okay. 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 Ah, okay. Hier kann man... Auch hier sagt er wieder, er braucht was. Das heißt, er braucht irgendwie Feuerzeug oder so. Aber ich habe leider noch keins gefunden. Ich glaube ja, der muss ja irgendwie diese Lava da einsammeln. Einsammeln, aber... Wer bin ich schon, der das weiß und entscheiden kann? Die quasi alle verbrennen, aber... Das ist auch nochmal Holz. Das ist auch nochmal Holz, aber das... Geht der da ran? Kann ich nichts machen, schade. Irgendwann haben wir da was übersehen. Geht's in die Brennkammer? Weder fehlen uns noch Handschuhe oder so. Oder ein Feuerzeug. Ich glaube ja, der würde die Schüssel mit Lava davor halten. Um das anzuzünden. Das ist zu, machen wir's mal auf. Das ist ja zum komischen Hall, das Wasser, das finde ich ganz geil. Setzt sich so ein bisschen Metall und an. Dann mal Kerzen vielleicht. So viele Kerzen, aber nimmt sich auch keine Kerze oder so. Das findet aber auch kein Feuerstein mal oder irgendwie sowas. Hier ist schon richtig, ne? Der würde das wegbrennen, wenn wir jetzt irgendwie Lava hätten. Um die vorzuhalten, um es zu entzünden. Wie, da ist das ein Back... 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 Back im Spiel. Kann natürlich sein. Ich hab nur was übersehen. Ich mach nochmal in die Brennkammer. Oh, das runterfällt's. Toll. Ja, genau das hab ich jetzt gebraucht in dieser Folge. Und man merkt schon, man muss doch ein bisschen aufpassen. So, wir können ruhig hier lang noch. Gucken wir nochmal in die Brennkammer. Ist ja auch noch runter, ne. Also ich bin auch der Meinung, ich hab hier auch nichts übersehen irgendwie. Kann man auch nie wissen. Schlamassel dir. Die Möglichkeit, hier noch lang zu gehen. Da waren wir schon, da war nix. Gehen wir nochmal in die Richtung. Muss ja wirklich noch ein Handschuh oder Feuerzeug finden. Hier wieder können wir es nicht entzünden. Jetzt wieder das Wasser. Ah, aber ein bisschen weiter oben sind wir jetzt. Was finden wir denn hier, das Feuerzeug? Oder Handschuhe? Whatever. Wir kommen nach draußen? Ohne dieses ganze Rätsel und so zu lösen? Oder sind wir da reingekommen? Ja, merkwürdig. Hier sind wir reingekommen, oder? Alles verwirrend. Ne, ne, wir sind hier schon richtig. Ein Ding. Das hat mich jetzt ja ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich dachte, ich muss da unten irgendwas machen, aber war ja sehr geil und sehr geschickt gemacht. Wahrscheinlich hier hoch. Und jetzt hier lang? Okay, das könnte auch gehen. Okay, das ist ein Ding, das ist ein Ding. so wahrscheinlich die er hier lange das haben sie ganz geschickt gemacht okay dann gehen wir noch ein runter okay ja das hat mir gedacht dass sowas kommt das sieht aber sehr gut aus ja und draußen hat dann haben die uns die ganze zeit veräppelt da mit dem feuer und so da unten was vermute ich mal dass wir dann hier über die brücke gehen müssen okay wir brauchen wieder einen trank reinigung wenn dein körper durch schwarzen kontaminiert ist brauchen wir nicht ruhiger geist dieser trank verändert es plötzlich einsatz von höhenangst dieses land hat viele erinnerungen wenn du merkst dass du sie sprichst solltest du diesen okay machen wir das mal so lege eine zerstampfte all rauen wurzel gut dass wir so viele haben ja das stampfen und dann rein damit ja gut büge zwei ganze das stampfe zwei bilsenkraut blätter und jetzt war sie noch mal jawohl schließe es rezept mit einer zerstampten stech apfel wurzel ich habe für wurzel zerstampfen so und dann ziehen wir uns das mal rein mal gucken was passiert nebenbei noch länzchen pflücken ganz klar wir weiter ja mit Es ist nicht okay. Wir haben endlich gewartet von ihnen. Wir können uns wieder wundern. Nur die zwei von uns. Und nicht vergessen, über den wunderschönen Mann, die wir letzte Mal gesehen haben. Ich bin nicht in der Mood heute, für lange Zeit. Ja, er war ein grosser Mann. Und er war so cool. Das ist so, als wenn sie Stella irgendwie umgebracht haben. Also das ist ja sonst so wahrscheinlich. Aber er hängt oder so, oder? Okay. Toll, nix drin. Tolle Schublade. Und Pflänz hier nochmal. Richtig da nicht. Dann folgen wir aber nochmal den Spuren. Ich weiß nicht, ob es hier weiter geht, weil die Spuren führten ja nach hier. Nö, die gingen hier rein. Hier geht's weiter. Sehr gut. Ich schwimm jetzt Wasser. Ah, hier geht's weiter. Die Spuren haben wir nicht lang zu führen. Oder hier lang. Wie geht's doch besser? Ich glaube ich bin in die richtige, ja? Die Spuren! Die Spuren haben uns alle wieder zu bekommen. Die Spuren haben mich nicht in die Reaktion. Die Spuren haben mich nicht in毒. Die Spuren haben mich nicht in die Möglichkeit. das hier für eine kotzerei ich muss wahrscheinlich eher hier lang pflänzchen wie soll ich denn da rein oder lang kommen hier scheint kein weg dran vorbeizuführen da kann ich die sehr gut ich muss ein bisschen aufpassen dass ich nicht zu nah rangehe und wo muss eine leiter sein wieder hier weiter übel gemacht hier so genau hier lang müssen ich kann es sehen wir müssen hier auch den schlüssel suchen wie sie das auch getan hat dass er jetzt nicht gedacht dachte wir ja so nachforschen dass sie dann den schlüssel schon hatte und aufgeschlossen hat das ganze dann auch aufgeschlossen bleibt eine idee gewesen hier gibt es noch ein sammeler objekt sehr gut aber das wasser hat sich ein bisschen metall an dann irgendwie finde ich welche apfel haben wir schon mal gucken wo war das finden also wo wir den schlüssel finden da runter ne hier geht es weiter sehr gut ja diese richtung ich dachte eigentlich eher dass man sie umgebracht hat aber ist wohl doch nicht der fall zu sein wir haben auch noch stella gesucht okay jetzt versteht also langsam der wird wahrscheinlich hier runter gegangen sein oder hier ist noch ein sammel objekt vielleicht sind wir auch weit abgewichen so ist jetzt die frage warte mal wird die bei die gegen die schritte ging hier rein aber ich krieg die tür nicht auf obwohl er ja gesagt hat die tür war zu holz 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 Ah, okay. Dass wir durchsuchen die Nauchenfinder den Schlüssel. Ein bisschen eklig, ne? Ach du Scheiße. Tauchen die auch noch auf. Wieder. Okay. Ich lesen. Oh nö. Die sind ja nervig, ey. Tauchen die da auf einmal auf? Gucken, wo er mich denn rauslässt. Also. Jupp, die Nase. Wollen wir den Schlüssel denn jetzt schon? Ja. Ja, aber okay. Wie kommen wir denn an denen vorbei? Warte mal. Warte mal, da gab es ja auch einen Trank, oder? Da gab es doch diesen Trank. Genau. Dass die uns nicht richtig erkennen. Warte mal. Ich hoffe, dass da die Kräuterkunde noch reicht. Ist klar, sich Blumengespür braucht man nicht. Inneres Auge, dein inneres Auge, dein inneres Auge kann wahren Instination eines jeden Autos erkennen, wenn du ein innerer aktivieren möchtest. Fakt mit dem Teufel war das genau. Lege eine zerstapfte Bilsenkrauzwurzel in kochenes Wasser. So, Stechapfel. Füge ein Stechapfelwurzel hinzu. So, füge eine zerstapfte Allroundwurzel hinzu, dass wir die noch gefunden haben. So. Und jetzt war es ja so, dass sie uns ja quasi nur nicht, sie dürfen uns sehen, aber wir dürfen sie nicht berühren oder nicht zu nahe kommen, ne? Das richtig verstehe. Deswegen, dafür war der Trank, ja. Sind aber trotzdem vorsichtig. Oh, das ist echt sehr, sehr spannend. Sie denken ja, ich gehöre zu ihnen, ne? So war das ja. Darfst sie nur nicht berühren. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg hier. Jetzt bin ich hier. Genau, wir müssen jetzt hier lang. Wenn das eine Tor aufschließen. Das Tor war aber hinter denen, ne? Das heißt... So, wahrscheinlich nochmal hochscheuchen. Denn dahinter links war, glaube ich, die Tür. Tür, sehr gut. Können wir das Fenster erreichen? Okay. Müsste ich das verschieben oder reicht es, dass ich hier einfach hochklettere? Ja, gucken. Okay, das Fenster ist dann. Hier, Leute, nutzen. Wollen wir mal gucken. Welches Fenster meint da denn? Ich muss mich aufpassen, wenn ich das Fenster schreitze. Ich muss mich aufpassen, wenn ich das Fenster schreitze. aber so muss man das jetzt machen team das dann darüber geht ja das nicht also muss wahrscheinlich noch mal jetzt vielleicht jetzt sind wir auch noch gestorben ist das ätzend beim schieben der leiter wie oft jetzt gestorben so freuen aber dass sich das lasse ich alles drin also da kenne ich ja nix und jetzt geht es hier wieder los das finde ich aber ein bisschen unfair muss ich sagen der trank hält auch noch weiß nicht wie lange das spricht vorbei ok das haben sie jetzt stehen dann das gut wer weiß für was man es noch gebrauchen kann da ist das fenster ok sehr gut dann ziehen wir das noch mal ein bisschen so sehr gut funktioniert doch haben wir von der blacktail gelernt und ob das schon reicht das heißt wir müssen das noch mal anschieben ok noch mal runter und dann haben wir es dann können wir endlich ins fenster rein ist doch super freunde oder da freut mich aber darauf kann nur besser werden so jetzt aber dann nichts wie rein in das gebäude licht an licht an ok ja da geht es auch weiter aber freunde bevor wir weitermachen das sind sie als 8 40 minuten machen wir nochmal schloss bedanke mich für eure aufmerksamkeit wir sehen uns dann im nächsten teil bis dahin